Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zum Community Run. Das letzte Mal hatten wir Morgoth besiegt, ich erinnere mich. Und auch mit den ersten Regeln verstoßt, da hat mir jemand einfach Seppuku benutzt. Aber, da habt ihr mal gesehen, wieso wir Regeln haben. Und heute machen wir... Ja, was wir heute machen, weiß ich nicht. Spreche gleich mal mit der Community ab. Wenn ihr dabei sein wollt, gerne mal Twitch abchecken. Jeden Sonntag um 12 Uhr ist der Community Run. Und wenn ihr mitmachen wollt auf der Playstation, könnt ihr da gerne dabei sein. Finde ich auch ein... Hier ist eigentlich auch ein Dunkelkavallarist. Aber ist glaube ich nicht Nacht, ne? Schade eigentlich. Ja, der ist nur bei Nachts da. Gestern war auch ein ganz wilder Stream. Einfach mal spontan fast 9 Stunden gemacht. Da ist er doch! Hui! Auf ihn! BAM! Ich hatte schon mal einen Eindruck vom Community Run. So ist das nämlich. Was uns in die Quere kommt, wird auseinandergenommen. Was ist geplant so heute? Ja, wir schauen mal, wie weit wir kommen. Also Feuerriesen sollten wir auf jeden Fall heute schaffen. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen, würde ich sagen. Feuerriesen? Ich habe schon die Frage, ob es hier überhaupt so viele Invader gibt. Ja, also ich glaube nicht, dass hier so viele Invader gibt hat. Ja, kannst gerne auch so mitmachen. Lisa tot, Tatja tot. Wollte ich doch supporten. Ich bin auch tot. Wir brauchen zwei neue Timmis. Wo sind eigentlich meine Kollegen? Ich werde von 5 Leuten schon verfolgt. Noch einer! Noch einer! Ich bin tot. Ich bin safe tot. Invasion auch noch. Wo sind eigentlich meine Kollegen? Hier ist auch noch eine Invasion. Hä, wo sind meine Kollegen? Nackelig. Nö, die Schwarzflamme. always is. Auf dich ruhig hoch. Hoch. recke. Auf dich ruhig hoch. Aber wo ist BD? Hey, wieso bleibt der da stehen, der BD? Der kein Bock? Oder ist der gerade irgendwo anders? Tuk Tuk und ein Invasor. Soll ich noch mal. Ich habe jetzt noch mal mit der Piepen die Wäcke. Hat jemand was auf Fernkampf? Wie er rennt? Ach, das macht mir wieder Spaß. 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 Ist ja auch kaum lang gedauert. Ist Tuk Tuk jetzt weg? Zählt das als Boss? Ja. Kann ich jetzt hier mal eben mich leveln und dann geht es weiter. Ah, da waren zwei so Bomben. Leute, ihr müsst mehr Schaden machen. Oh ja, Rolf, das gefällt mir. Ja. Ich mache ja auch nur 4000 Schaden. Aber was du machst, gefällt mir nicht. Du schiefest noch. Ich schlag zu. Das ist ein Unterschied. Ja. 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 Ich bin noch nicht. So nämlich Easy Easy peasy Das war höchstens das dritte Mal Dass ich den Feuerriesen besiegt habe In meinem allerersten Run Dann nochmal Und seitdem habe ich immer Vorum Azula Glitch genommen Den Wrong Warp Also oft habe ich den noch nicht besiegt Roll bis wieder da Let's go Dann komm ran Rolf Ha ich bin umsiedbar Blitz hat keine Wirkung gegen mich Ich bin auch Stein Ich bin auch ein Ich bin auch ein Ich bin auch ein schön den den haue ich ins auge schade nicht runterfallen aber ich knapp ne aber kurz angst gehabt seid ihr jetzt weg ne seid ihr nicht sehr gut nächster drache let's go so leute dann geht mal ab oh gott ich habe richtige flashbacks vom level 1 ran aber ich bin kein one hit ist das entspannend ha den ersten haben wir schon mal geil rache süß ach das ist doch kein schaden du fett klopft hä wieso geht das nicht geil auf ihn weiter einprügeln das zieht doch noch was ab in der nächste weg mit dem bam geil direkt weg das macht spaß so schön genau schön von hinten schön von hinten direkt warten geil wir rufen hier direkt zwei neue leute wir werden direkt zwei neue gerufen wo ist tuk tuk da ist er let's go ich lege mich hier hin und ihr macht das ne nein wir gehen natürlich mit drauf die brauchen mich ich bin ja bekanntlicher bekannterweise der drachen killer ohne mich wird das ja nichts und wenn wir hier schon gegen den drachen fürst kämpfen das wird ja ohne mich nichts da ja und ja ja Es kommt eine komische Attacke. Gucken, ob ich die diesmal ausweichen kann. Da kommt sie. Boah, ausgewichen. Leute, da müsst ihr ausweichen. Ausweichen müsst ihr da. Nicht so. Voll gemein, dass der Zama spucken kann. Der Spucker. Alles easy. Alles easy. Oh, jetzt kommt wieder. Ihr müsst ausweichen, Leute. Einfach ausweichen. Ausweichen. Ja, toll. Da war ich gerade am buffen. Das ist ja gemein. Greift ihr auch an? Sind meine Kollegen noch da? Das war mal krasser Schaden. Ich habe nichts mehr zu heilen. Ich bin weg. Habe ich nicht so einen Wärmestein? Hier, Wärmestein. Ich heile mich mal kurz. Kann man noch einen. Für die Sicherheit. Hier, ich habe hier Geheimwaffe. Oh, Zolea ist tot. Tuk Tuk, mach das. Tuk Tuk, hau ihn weg. Ich gehe wieder rein in den... Ah, Tuk Tuk ist auch tot. Es ist noch ich. Ich gegen den Drachen. Oha. Ihr müsst einfach mehr angreifen, Leute. Müsst öfter angreifen und mehr. Ja. Gemein. Das Timing war perfekt. War bei mir gerade auch. Ganz komisch. Wir brauchen zwei neue Timmis. Wieder da unten. Kann der bluten? Nobu? Kann der bluten? Ey, wo ist eigentlich Skoppel? Ich finde, ich bin voll gut ausgewichen. Ich finde, ich habe richtig gut gespielt. Mir fehlt halt der Schaden. Wenn Zolea das schafft, gibt es mal ein dickes, dickes Clap für Zolea, ne? Zolea MVP. Zolea der MVP, Leute. So leer du bist es. Digges, digges Charlotte. Ausweichen, Leute. Ihr müsst besser ausweichen. Der Pulley-Crossbow. Wieso habe ich denn immer einen Bogenrand nicht benutzt? Tuk-Tuk, der alte Cheater. Oh, ich glaube, Bob ist tot. Ah, ne, Bob lebt. Bob is alive. Bob is alive. Soallsbritze. Go! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020